Was bringen wir unseren Kindern bei? Bruder, für die Ältere, Wallahi, es ist ein bisschen bitterlich, aber es ist die Wahrheit. Wann wollen wir von unserer Ego weggehen? Wann wollen wir um unsere Kinder kümmern? Wann wollen wir an unsere Kinder schauen und gucken, was sie machen? Unsere Jugend sterben auf Drogen. Unsere Jugend sterben ohne Gebet. Unsere Jugend sterben ohne La Ilaha illallah. Wallahi, unsere Jugend sterben im Bahnhof mit Drogen über Dosierung. Unsere Jugend, die gucken die Frau hinterher. Unsere Jugend, die lernen ihren Dien nicht. Bruder, unsere Jugend, die leben ohne Tauheed und ohne Gebet. Und weißt du, wann einer stirbt ohne Gebet ist? Weißt du, was heißt Gebet, mein lieber Bruder und Schwester? Und du guckst nur nach deinem Ego und du denkst null an dich und du denkst null an dich und du sammelst zu null Geld, 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 Geld. Und du guckst nicht nach deiner Junge und deine Junge redet mit fremden Leuten und redet nicht mit dir? 100? Ja, da renewal, Bosch ja, da第一